Wir haben heute unsere ersten beiden Sitzungen während des NATO-Gipfels beendet. Das Thema eins war Afghanistan. Der afghanische Verteidigungsminister hat teilgenommen. Es gab eine Botschaft aus Afghanistan, dass die beiden Präsidentschaftskandidaten in Aussicht gestellt haben, sich politisch zu einigen und alsbald die Arbeit aufzunehmen. Das ist auch sehr wichtig, denn wir brauchen Klarheit bezüglich der Sicherheitsabkommen, um dann im Anschluss an die ISAF-Mission die nächste Mission zu starten. Das ist die sogenannte Mission Resolute Support, also resolute Unterstützung. Hier geht es um die Unterstützung der afghanischen Sicherheitskräfte. Deutschland wird im Norden in Mazar-e-Sherif bleiben und von dort aus seinen Beitrag zur Stabilisierung zu leisten, aber eben keine Kampfeinsätze mehr machen. Wir haben deutlich gemacht, welche Erfolge es gibt. Ein Beispiel. In Afghanistan gehen heute acht Millionen Kinder zur Schule. Zu Beginn des Einsatzes waren es weniger als eine Million. 40 Prozent davon sind Mädchen. Das gab es früher überhaupt nicht. Und das Pro-Kopf-Einkommen von Afghanistan hat sich verfünffacht. Es gibt also gute Chancen, wenn wir die Sicherheit erhalten können, dass das Land sich gut entwickeln kann. Aber es ist natürlich noch ein langer Weg, denn von vollständiger Sicherheit sind wir noch ein ganzes Stück entfernt. Der zweite Sitzungsblock heute Nachmittag war dem Thema NATO-Ukraine-Rat gewidmet. Man muss wissen, dass es eine besondere Partnerschaft zwischen der Ukraine und der NATO seit 1997 gibt. Und auf dem NATO-Gipfel in Bukarest ist das nochmal bekräftigt worden. Und wir haben heute auch über nächste Schritte gesprochen. Hier geht es vor allen Dingen um die sogenannte Interoperabilität. Das heißt, dass man voneinander weiß, wie die jemaligen Armeen auch arbeiten. Es geht nicht um eine Mitgliedschaft in der NATO. Hier haben wir einen Bericht des ukrainischen Präsidenten bekommen. Und wir hatten ja auch im kleineren Kreise heute bereits ein Gespräch mit ihm. Der Präsident setzt auf eine politische Lösung. Das hat er uns heute noch einmal gesagt. Er ist dazu ja auch in einem stabilen Kontakt mit der russischen Führung, mit dem russischen Präsidenten. Ob den Worten Taten folgen, morgen oder in den nächsten Tagen, muss man sehen. Auf jeden Fall habe ich den Wunsch des ukrainischen Präsidenten gespürt, dass er eine politische Lösung anstrebt. Und ich habe auch immer gesagt, eine militärische Lösung kann und wird es nicht geben. Das war heute auch die breite Zustimmung aller, die an der Diskussion teilgenommen haben, also der NATO-Mitglieder, die sich zu Wort gemeldet haben. Insgesamt also ein wichtiger Tag, der deutlich gemacht hat, wir unterstützen die Ukraine. Wir zeigen Solidarität. Wir sind bereit, auch durch zusätzliche Sanktionen unseren politischen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Aber auch die Botschaft, wir wollen eine politische Lösung. Wir sind bereit, natürlich mit Russland darüber zu sprechen und der ukrainische Präsident allen voran. Ein besonderer NATO-Gipfel in ungewöhnlichen Zeiten. Ungewöhnlich deshalb, weil man lange zurückdenken muss, um sich an eine Zeit zu erinnern, in der wir nicht nur bedrohliche Krisen, sondern eine solch große Vielzahl wirklich gefährlicher Konflikte und diese gleichzeitig rund um den Erdball hatten und die gefährlichste für Europa dazu in unserer unmittelbaren osteuropäischen Nachbarschaft. Dort steht viel auf dem Spiel. Die Frage von Krieg und Frieden in Osteuropa, das Leben von Menschen, die Einheit der Ukraine und auch die Prinzipien einer europäischen Sicherheitsarchitektur, in deren Schutz wir eben auch leben. Und deshalb ist das eben kein normaler NATO-Gipfel. Business as usual, das kann nicht gelten für das Verhältnis zwischen Europäischer Union und Russland und natürlich nicht für das Verhältnis von NATO und Russland. Und deshalb natürlich auch kein Business as usual hier auf diesem NATO-Gipfel in Wales, sondern sehr angsthafte, sehr nachdenkliche Diskussionen darüber, wie wir auf das russische Vorgehen gegenüber der Ukraine, die Annexion der Krim, die Unterstützung der Separatisten bis zuletzt, wie wir auf all das antworten. Und darüber werden Entscheidungen im Verlauf dieser anderthalb Tage getroffen werden. Wir sind gut vorbereitet, haben gerade eben das Treffen mit den Aspirantenstaaten, denjenigen, die auf dem Wege sind zur Mitgliedschaft und hatten eine Eröffnungssitzung und der vorausliegend ein Zusammentreffen zwischen den sogenannten Quint-Staaten und Präsident Poroschenko. Und weil das so war, sage ich natürlich, bereiten wir uns vor, auf die notwendigen Antworten der NATO, auf die Herausforderungen, die sich aus der Russland-Politik gegenüber der Ukraine ergeben. Aber die Anwesenheit so vieler hier in Wales wird natürlich auch genutzt, um Wege aus der gegenwärtigen Krise, ich sage noch mal, den gefährlichsten Konflikt, den Europa seit Jahren und Jahrzehnten erlebt hat, Wege aus dieser Krise zu suchen. Wir sind gleichzeitig der Meinung, wenn dennoch Schlimmstes verhindert werden soll, dann müssen jetzt ernsthafte und zwar direkte Verhandlungen über einen beiderseitigen Waffenstillstand unter Einschluss von sicheren Grenzen und effektiver Grenzsicherung jetzt kommen. Und insofern blicken heute viele Augen neben den Diskussionen, die wir hier haben, auch nach Minsk, wo im Verlaufe der nächsten Stunden und der nächsten Tage hoffentlich Parallelgespräche innerhalb der Kontaktgruppe laufen werden. Natürlich ist es zu früh, im Augenblick Erwartungen zu äußern. Mitzuteilen ist nur, dass sich Präsident Poroschenko heute in den Gesprächen, die wir mit ihm hatten, ganz vorsichtig, zuversichtlich gezeigt hat, dass jetzt doch eine Phase eingetreten ist, in der ernsthaft verhandelt wird und in der man vielleicht im Laufe der Woche auch zu ersten Ergebnissen kommen kann.